Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Ich bin Zachariah. Mein Beruf ist Koch. Ich komme aus Russland. Jetzt bin ich ein Flüchtling. Mein Weg ist so, so lang. Ich komme am 4. Oktober ungefähr. Ich gehe nach Kamp in Bamberg. Und hallo! Am 4. April der letzten Jahre, ich komme nach Hofmann Kreis. Und die Stadt ist Schwarzenbach und das alles. Ich habe zu viel überlegt, was ich weiter machen muss. Ich habe ein Glück. Ich schreibe eine E-Mail. Frau Leicht, sie arbeitet in der VHS. Und ich bekomme vielleicht einen Monat später eine super Arbeit. Und dann die Zentrale Ausländerbehörde sagt, ja, du kannst Arbeit. Und super, ich unterschreibe einen Vertrag. Und dann habe ich gekriegt, ja, deutsche Kurse gekriegt. Jetzt, ich warte ein Resultat, meine Prüfung B1. Über ein Jahr, ich wohne in Hofmann Kreis. Und ich bin ja so glücklich. Thiefg Judah und das, meine Prüfung B1.